So, moin zusammen und herzlich willkommen zu diesem schönen Freitag und dieser Short-Folge vom Kein-Limit-Podcast. Jetzt gibt es wieder fünf Minuten oder ein paar Minuten, länger oder kürzer, Input von meiner Seite. Und heute geht es ums Thema vier einfache Tipps für besseren Schlaf. Wie kommen wir auf das Thema? Ihr habt uns in letzter Zeit öfter mal auf Instagram geschrieben, ey Jungs, wie schafft ihr es eigentlich abends gut einzuschlafen? Ich habe so Einschlafprobleme, brauche manchmal 30 Minuten, bis ich eingeschlafen bin. Oder ich schlafe so unruhig, ich bin am nächsten Tag immer so mega kaputt. Und als ich das alles gelesen habe, musste ich an ein Buch denken, das ich, glaube ich, schon vor über einem Jahr gelesen habe. Das Buch heißt, ich muss es euch hier raussuchen, Sleep Smarter, 21 Essential Strategies to Sleep Your Way to a Better Body, Better Health and Better Success. Bigger Success. Das war ein mega cooles Buch, in dem ziemlich viele Strategien für besseren Schlaf erklärt wurde. Der hat das Ganze ziemlich wissenschaftlich gemacht, aber dabei trotzdem konkrete Tipps gegeben, wie man das im Alltag umsetzt. Das war damals für mich ein mega geiles Buch, weil ich so gemerkt habe, hey krass, Nico, viele Sachen, die er erklärt, die machst du gerade falsch. Und vielleicht kannst du ja, wenn du diese Sachen umsetzt, wirklich besser schlafen. Und ich habe da damals so ein paar Sachen konkret da rausgezogen und die habe ich auch umgesetzt und muss echt sagen, dass es das wirklich verbessert. Man sagt ja so, ja, ich glaube, es hat sich verbessert, aber ich glaube, das hat sich bei mir wirklich verbessert. Deswegen habe ich heute vier mega, mega Essential Tipps für euch, wie ihr euren Schlaf verbessern könnt. Und vielleicht sagen manche von euch, hey, das ist jetzt zu basic, aber ich glaube, dass wenn ihr diese vier Punkte durchgeht, vielleicht dann doch merkt, dass vielleicht einer oder zwei Punkte oder sogar mehr ihr nicht umsetzt. Und vielleicht könnt ihr genau an denen drehen und dann werden die bestimmt schon einen großen Impact haben. Punkt Nummer eins, mein Tipp Nummer eins ist, dass der Raum, in dem ihr schlaft, für euren Schlaf vorbereitet ist. Und zwar ist es bewiesen, dass ihr besser schlaft, wenn es in dem Raum eher ein bisschen kühler ist. Was ich zum Beispiel bei mir mache, ist, ich habe das Fenster, mache ich oft abends auf, bevor ich schlafen gehe, um quasi schon mal den Raum kühl zu bekommen. Und dann merke ich auch, dass ich besser schlafe, wenn es im Raum kühler ist. Und Punkt Nummer zwei, ich gucke, dass der Raum immer maximal dunkel ist. Das nervt dann zwar am nächsten Morgen, weil ihr so das Gefühl habt, es wird draußen noch nicht hell. Wenn ihr um fünf aufsteht, ist es eh noch nicht hell. Aber trotzdem dieses Einschlafen nachts und dieses Licht, was ihr nicht mehr habt, das wird euch so viel helfen, besser zu schlafen. Also Tipp Nummer eins, sorgt dafür, dass euer Raum kühl ist, in dem ihr schlaft. Geht im Sommer natürlich nicht immer, aber trotzdem Tipp Nummer zwei, versucht es so dunkel wie möglich in eurem Raum zu bekommen. Und wenn ihr euch solche billigen Jalousien kauft, um es wirklich dunkel zu machen. Tipp Nummer zwei, in dem Buch heißt es immer, ja man soll vor dem Schlafen gehen kein Handy benutzen. Weil die Strahlung von dem Bildschirm, die erzeugt in deinem Körper, keine Ahnung wie das auch immer heißt, aber ihr werdet dadurch einfach wacher, indem ihr auf einen Bildschirm guckt. Das kann man natürlich versuchen und sagen, okay zwei Stunden bevor ich ins Bett gehe, gucke ich nicht mehr auf mein Handy. Mir persönlich fällt das ziemlich schwer, weil ich gerade abends mein Handy eigentlich am meisten benutze, weil ich da zum Beispiel mit meiner Familie über WhatsApp schreibe. Und da merke ich einfach, okay, das funktioniert nicht, dass ich abends zwei Stunden beim Schlafen gehe, mein Handy nicht benutze. Aber dafür gibt es ein cooles Feature und zwar könnt ihr das einstellen, dass euer Handy in den Night-Modus geht. Zumindest beim iPhone geht das. Ich glaube, bei Android gibt es bestimmt auch so eine Funktion. Da habe ich zum Beispiel eingestellt, dass abends ab 7 Uhr abends das Handy in diesen anderen Modus geht und das dann auch bis zum nächsten Tag so bleibt. Sodass, wenn ihr abends das Handy benutzt, dass ihr dann trotzdem nicht diese negative blaue Strahlung, blaues Licht, ich weiß es nicht genau, nagelt mich nicht drauf fest, habt, was euch dann wach macht. Tipp Nummer drei ist, dass ihr aufpasst, was ihr vorher trinkt. Das ist auch so banal, aber wenn ihr abends um 18 Uhr noch drei Colas trinkt oder einen Red Bull oder was weiß ich und dann euch wundert, warum ihr um neun nicht richtig einschlafen könnt, ist es klar, weil ihr einfach diesen Koffein habt, der euch wach hält. Also ich achte wirklich drauf, dass ich weiß, wenn ich abends um neun ins Bett gehen will, weil ich um 5 Uhr aufstehen will, dass ich nicht um, ich trinke glaube ich dann sogar nachmittags nichts mehr mit Koffein, weil ich weiß, das könnte das negativ beeinflussen. Und was da auch mit reinfließt, das fällt mir ziemlich schwer, weil ich allgemein sehr viel trinke, aber ich versuche vorm Schlafen gehen nicht mega viel zu trinken. Weil wenn ihr jetzt drei Liter vorm Einschlafen gehen trinkt, dann ist es klar, dass ihr irgendwann während der Nacht aufs Klo müsst und dann ist euer Schlaf in dem Moment ja unterbrochen. Also wenn eure Blase drückt, dann wird euer Schlaf dadurch unruhiger. Also versucht kurz vorm Schlafen gehen nicht so viel zu trinken, dass ihr da einfach die ganze Nacht durchhaltet und am nächsten Tag dann natürlich wieder voll reinballern in dem Moment, wo ihr aufsteht. Das war Tipp Nummer drei. Und Tipp Nummer vier ist einfach, wenn ihr, dass ihr eine Routine aufbaut. Also wenn ihr sagt, ihr habt immer so Probleme einzuschlafen, dann liegt es vielleicht auch daran, dass ihr keine typische Schlafroutine habt. Ich sage nicht, dass ihr am Wochenende und unter der Woche immer genau um die gleiche Uhrzeit ins Bett gehen müsst. Aber wenn ihr einmal um elf Uhr ins Bett geht, dann einmal um neun, weil ihr dann plötzlich wieder sagt, das will ich doch wieder feier machen und blablabla, dann ist es klar, dass das natürlich langfristig nicht funktioniert. Also versucht für euch eine Routine für euren Schlafrhythmus zu finden, sodass ihr dann einfach auch, euer Körper weiß dann einfach auch, okay, jetzt ist wieder Schlafenszeit, ihr werdet müde und dann geht es los. Das sind mega vier Essential Tips. Geht die gerne mal durch und überlegt, okay, was davon kann ich vielleicht noch umsetzen und schreibt mir dann gerne mal auf Instagram, ob sich was bei euch verbessert hat. Ich achte wirklich auf diese vier Punkte ziemlich, ziemlich gut und muss sagen, dass sich das wirklich verbessert hat. Also Raum, kühl halten und dunkel machen, kein Handy vorher benutzen, das geht nicht, deswegen diesen anderen Modus benutzen und auch ganz wichtig, nachts nicht das Handy hinlegen, dass das Notifications rausballert und immer wieder euer Handy blinkt. Macht es einfach in den Flugmodus und gut ist, dann nervt es euch nicht und alles ist gut. Dann natürlich aufpassen, dass ihr vorher keinen Kaffee trinkt, keinen Energy Drink, keine Cola und auch generell nicht zu viel vorher trinkt und sorgt einfach dafür, dass ihr eine Schlafroutine bekommt, dann wird sich euer Schlaf deutlich verbessern. Geil, Leute, ich hoffe, ihr konntet dadurch was mitnehmen. Wie gesagt, probiert es mal aus, schreibt mir gerne auf Instagram, ob das Ganze funktioniert hat und ansonsten wünsche ich euch jetzt ein geiles Wochenende, genießt die Zeit und wir hören uns wieder am Montag um 5 Uhr morgens in der neuen Long-Folge. Hoffentlich dann richtig gut ausgeschlafen, das war ja so ein richtiger, dummer Moderatorwitz. Leute, habt ein geiles Wochenende, bis dann, ciao.